Hades klagt an. Asklepios, der als der Vater der Medizin gilt, wurde als uneheliches Kind in Epidaurus geboren und von alten Frauen, die im Apollon-Tempel wohnten, aufgezogen. Sie unterrichteten das Kind und vermittelten ihm all ihre Kenntnisse über die Speisen, die Pflanzen und Kräuter und die rätselvollen Wege der Natur. Er lernte eifrig und wurde von den Alten zu einem kundigen, vielwissenden Kräutergärtner erzogen, der seine Lehrerinnen erstaunte, weil er verwegen Kräuter und Drogen einsetzte und mischte und auf bisher ungekannte Art erfolgreich verwandte. Die Ausbildung zu einem Barbier und Arzt übernahmen ein erfahrener Chirurg und ein Handwerksarzt, der nach seinem Militärdienst sich in Epidaurus niedergelassen hatte. Beiden war der wissbegierige Knabe bei ihren Besuchen im Apollon-Tempel aufgefallen und sie förderten ihn nach ihren Möglichkeiten. Auch diese beiden überraschte der junge Mann, da er den Menschen und seinen Körper nicht als das beseelte Geschöpf ansah, dessen Lebensodem oder dessen Seele man bei einem Eingriff verletzen und zerstören konnte, sondern wie eine physikalische Materie behandelte, deren einzelne Bestandteile er mit Geschick und verwegenen Einfällen zu ersetzen vermochte. Der alte Fälscher war erstaunt, wenn der junge Asklepios fehlende Körperteile umstandslos mit Holzteilen und Eisen ersetzte, die er mit genauen Anweisungen zuvor beim Tischler oder dem Hufschmied bestellt hatte. Und als ein zweifach beinamputierter Soldat, dem Asklepios Holzbeine mit verstellbaren Scharnieren hatte anfertigen lassen, wenige Monate nach der Operation vor ihnen zu einem Lied der fernen Heimat tanzte, begriff er, dass Asklepios ihn übertroffen habe und er dem Jungen nichts mehr beibringen könne. Bald war Asklepios so erfolgreich in der Chirurgie und im Gebrauch von Drogen, dass man von ihm sagte, er könne Tote zum Leben erwecken. In ganz Hellas wurden er und seine Kunst geschätzt und er war angesehen wie kein anderer der Sterblichen. Wegen seiner äußerst glücklichen Hand hieß es von ihm der Gott Apollon, in dessen Tempel er aufwuchs, müsse sein Vater sein. Er selbst dagegen bedauerte täglich sein, wie er meinte, geringes und unzureichendes Wissen um den Menschen, um Gesundheit und Krankheit, um die Wirkung der Heilkräuter und die Kräfte der verschiedenen Quellwasser. Vertrauen wie auf die Natur, nur sie allein vermag zu heilen, pflegte er zu sagen, wenn er einem Kranken eine Medizin reichte oder ihn mit einem Messer aufschneiden musste, um ihm Erleichterung zu verschaffen. Auch unter den Himmlischen hatten sich seine Künste herumgesprochen, doch die Götter empörten sich über den Arzt, da er in ihre Pläne eingriff und die von ihnen gesandten Krankheiten erfolgreich bekämpfte und das Leben seiner Patienten verlängerte. Besonders erzürnt und gereist war Hades, denn es gab Sterbliche, denen er zum wiederholten Male die Todesnachricht hatte zustellen lassen müssen, da es Asklepios mit seinen Künsten gelang, diese Todeskandidaten ins Leben zurückzuholen und gesund zu machen. Der wilde Herrscher des Tartaros wütete und schickte schlimme Krankheiten und unbekannte Seuchen auf die Erde und vor allem nach Epidauros, der Heimatstadt des Arztes. Asklepios ging zu den Kranken, untersuchte sie und fand schließlich heilende Mittel, selbst gegen die tödlichen Krankheiten des Hades. Hades, dessen Tage aus der Nacht bestanden und der dann folgenden Tageszeit der tiefen Nacht, fürchtete um seine Macht und um sein Ansehen bei den Sterblichen, glaubten doch diese bereits, der Arzt Asklepios habe den Tod besiegt und könne ihnen durch seine Kunst immerwährende Gesundheit geben, wodurch sie bald wie die Götter unsterblich seien. In seinem Zorn wandte Hades sich schließlich an Zeus. Er verklagte den Arzt vor dem Allgewaltigen des fortgesetzten Diebstahls, der Unterschlagungen zum Nachteil eines Gottes und wegen Bestechlichkeit, denn Asklepios ließ sich seine Kunst von den von ihm geheilten Patienten bezahlen. Zeus schüttelte den Kopf über diese Klageschrift. Dass ein Gott einen Sterblichen vor sein Gericht zu bringen sucht, weil dieser in einer Kunst besonders vortrefflich ist, widersprach seinem Begriff von Göttlichkeit, Ehre und Herrschaft. Aber den Kläger konnte er nicht zurückweisen. Hades war bei allen himmlischen und Menschen der Gehassteste aller Götter. Aber er war auch der gefürchtetste Gott. Und so wie er gefürchtet und verhasst war, waren ihm Menschen und Götter verhasst. Er verachtete die Menschen, die er nur als sieche, sterbenskranke und verwesende Kreaturen kannte. Und noch verdrießlicher stimmten ihn die Götter, da er die Unsterblichen niemals in seine Gewalt und in sein Reich bekommen konnte. Auch ließ er sich auf dem Olymp nie sehen, denn ihm missfielen die lockeren Sitten der Ewigen und ihr heiteres und frivoles Leben. So hatte er wenig Kenntnis vom Olymp, achtete aber umso mehr darauf, dass seine Rechte niemals beschnitten werden. Nur Ares schätzte er, den Kriegsgott, der ihm täglich junge Krieger schickte, an manchen Tagen so viele, dass Charon die ganze Nacht und die tiefe Nacht hindurch zu fahren hatte. Er schätzte ihn, denn auch Hades liebt die Jungen mehr als die Alten, die ihm die Zeit ohnehin sendet. Da er der reichste aller Götter war, ihm gehörte alles, was in der Erde verborgen ist, jedes Metall und sämtliche Edelsteine, daher war sein zweiter, sein anderer Name, Pluton, der Reiche, war selbst ein Zeus von ihm abhängig und durfte ihn nicht verärgern. Schweren Herzens musste er die Klage von Hades annehmen. Er schickte einen Boten zu Asklepios, der ihm die Klageschrift überbrachte und ihn aufforderte, einen Verteidiger zu benennen, da der Arzt als Sterblicher nicht selbst vor dem Gottesgericht erscheinen durfte. Asklepios bat von Prometheus verteidigt zu werden, was im Olymp keinen überraschte, galt auf Erden dieser Gott doch als Fürsprecher der Sterblichen und hatte wiederholt schwere Bestrafungen und die Vernichtung der Irdischen abwenden können. Auch Hades erschien nicht persönlich vor dem Gericht. Er hielt eine formelle Verhandlung für unnötig, da nach göttlichem Gesetz jeder Irdische, der einen Gott verärgert, mit dem Tod zu bestrafen sei. Dass diesem unumgänglichen Richtspruch eine Gerichtsverhandlung vorauszugehen habe, erschien ihm als reine Zeitverschwendung, geschuldet einem modischen Zeitgeist, von dem der Olymp seit dem Ende der Herrschaft von Kronos nicht frei sei. Hades liebte die Stille seines Reiches, er war an das ewige Schweigen gewöhnt und das Geplauder und Kichern und laute Lachen der Olympier verletzte seine Ohren und verursachte ihm grässliche Leibschmerzen. Er schickte Minos, ihn und seine Klage im Olymp zu vertreten. Minos, von Zeus aufgefordert zu sprechen, trat vor den Tisch, wies auf die Anklageschrift, die vor Zeus lag und sagte lediglich, Asklipius muss sterben, vernichte ihn Zeus. Er setzte sich wieder. Für ihn und Hades und den gesamten Tartaros war alles gesagt. Prometheus begann eloquent die Verteidigung des Arztes. Er wies auf Zeus Auftrag hin, der den Menschen befohlen hatte, die Erde zu erobern und das Handwerk und die Künste zu entwickeln und zu verbreiten. Er sprach über die für die Menschen segensvolle Tätigkeit des Arztes, über den Nutzen für die Menschen wie die Götter. Er erinnerte, dass Zeus selbst nach der letzten Sintflut den Menschen zugesagt habe, in irdische Belange nicht einzugreifen, sondern alles den Menschen zu überlassen. Ihr Heil und ihr Unheil, dem Bau der Welt oder dessen Zerstörung. Schließlich unterbrach ihn Zeus. »Gut gesprochen, Prometheus«, sagte er, »wir kommen zum Urteil. Asklipius ist schuldig. Er hat Menschen gestohlen, die bereits dem großen Hades gehörten. Nicht einmal der Styx hat ihn davon abgehalten, sie von Charons Nachen in die Welt zurückzubringen. Er hat Hades gekränkt und nach dem unvergänglichen Gesetz des Himmels muss er sterben. Augenblicklich, möge Hades ihn in Gnaden aufnehmen.« »Einen Moment, Zeus, oberster Richtherr«, unterbrach ihn Prometheus. »Die Verteidigung war noch nicht am Ende. Ich beantrage, dass der Gerichtshof anders und neu zusammengesetzt wird. Das Gottesgericht hat über die Götter zu entscheiden. Über die Menschen urteilen menschliche Richter. Da hier ein Gott und ein Mensch miteinander streiten, braucht es einen zweiten, einen sterblichen Richter, um nicht deine Ordnung, Zeus, zu stören und um einen gültigen Richtspruch zu fällen.« »Ein umgänglich, wenn das Gericht nicht seine Zuständigkeit überschreiten will. Ein zweiter, stimmberechtigter Richter der Irdischen.« Zeus zögerte. Er wollte dem Gesetz genügen, aber er durfte und wollte Hades nicht verärgern. »Was soll das?« fragte er Prometheus. »Der Arzt wird auf der ganzen Erde verehrt. Kein Sterblicher wird ihn verurteilen. Jeder muss ihn als Lebensretter freisprechen.« »Das mag sein, aber das Gesetz,« verlangte »Das ist dein Gesetz, Zeus.« Unwillig ließ der Gottvater sich dazu herab, den Einwand zu akzeptieren und den Vorschlag anzunehmen. »Stimmberechtigt und gleichberechtigt muss er sein,« wiederholte Prometheus. Zeus lachte auf und fragte ergrimmt. »Gleichberechtigt? Wie soll das gehen? Gleichberechtigt mit mir? Mit Zeus?« »Nur für die Zeit der Verhandlung, Allmächtiger.« Zeus stimmte schließlich zu, verlangte aber, dass der Sterbliche ihm zu ehren, der König der Könige sein müsse, der die Irdischen als Richter vertrete. Die Verhandlung wurde für Stunden unterbrochen, bis Hermes den großen Achill, den König der Könige, geholt und unterrichtet hatte. Als gottgleicher Heros durfte er an der Versammlung der Götter teilnehmen, um zuzuhören und sein Urteil zu fällen. Die Verhandlung wurde wiederholt. Minos deutete wiederum nur auf die Anklageschrift und verlangte das Todesurteil. Und Prometheus sprach über Gesetze, denen auch die himmlischen unterliegen. Als er geendet hatte, zogen sich die beiden Richter zurück, um zu beraten. Zeus forderte Achill auf, sich zu erheben, da dieser sich vor ihm auf die Knie geworfen hatte. Sprich frei und unbefangen, tapfere Achill, sagte Zeus und fuhr fort. Mein Urteil allerdings steht fest. Asklepios hat dem Hades die Toten geraubt, die Todesstrafe ist unumgänglich. Er hat keine Toten geraubt, wandte Achill ein, sondern Schwerkranke gerettet. Ein Lorbeerkranz der Götter gebührt ihm, nicht dein todbringender Blitzschlag. Schwerkranke? Nein, es waren Todkranke, also Eigentum von Hades. Solange ein Sterblicher atmet, lebt er und gehört nicht dem Hades. Das sind Spitzfindigkeiten eines Winkeladvokaten, Achill, und deiner nicht würdig. Halbtot, das heißt auf dem Wege zum Hades. Und wie, meinst du, soll es auf Erden weitergehen? Soll Asklepios das Leben der Sterblichen weiter verlängern, immer weiter, bis zur Unsterblichkeit? Alles, was menschliche Kunst vermag, hast du erlaubt und geboten, großer Zeus. Du selbst hast Leute wie Asklepios ermuntert, dass sie forschen und entdecken und die Natur verstehen, um sie zu nutzen. Wenn er das Leben der Sterblichen verlängert, wird die Welt ihn preisen und dich, Zeus, verehren. Zeus schüttelte bekümmert den Kopf. Ich bin dessen nicht so gewiss wie du, Achill. Asklepios kann offensichtlich ihr Leben verlängern, nur kann er ihnen nicht die ewige Jugend geben. Da er ihr Leben verlängern kann, wird es seiner Kunst auch bald möglich sein, ihnen die Altersgebrechen zu nehmen und ihnen bis zum Tag ihres Todes ein jugendliches Aussehen zu geben. Zeus seufzte und erwiderte, wenn wir deinem Urteil folgen würden, wird der Tag kommen, an dem die Sterblichen diesen Richtspruch und uns verfluchen. Denn fährt dein kluger Asklepios in seinen Bemühungen fort, so werden die Alten nicht sterben. Sie werden nicht ihren Platz räumen, den die Jungen benötigen. Uralte, hilflose und hässliche Menschen werden die Erde bevölkern. Greise, die versorgt werden müssen. Denke nach, Achill. Bald wird es mehr hinfällige, entkräftete Alte als junge Leute geben. Und kurz darauf nur noch Greise. Wollen die Sterblichen tatsächlich eine solche Erde? Ist nicht meine Ordnung, zu der der grausame Hades gehört, gerechter und menschlicher? Denke nach und entscheide mit Verstand. Er erhob sich und forderte Achill auf, mit ihm in den Gerichtssaal zurückzukehren. Dann sprach er als der göttliche Richter sein Urteil und er verurteilte Asklepios zum Tode. Nach ihm schwach Achill als der sterbliche Richter. Er lobte Zeus und schloss sich seinem Urteilsspruch an. Und in derselben Stunde starb der Arzt Asklepios, beweint von ganz Hellas und er wurde von Charon über den Styx zu Hades gebracht.